Ihr Lieben, es ist soweit. Die zwölf Wochen sind vorbei und es hat sich ein Gewinner herauskristallisiert. Und ihr wart alle großartig, habt mega was geleistet. Ich bin wirklich stolz auf euch, was ihr erreicht habt in den zwölf Wochen. Und der Bernd allerdings war noch ein bisschen großartiger. Der hat unfassbare, wie waren es, über 16% abgenommen. Unglaublich und das in der Zeit wirklich meinen größten Aspekt. Ich ziehe meine Mütze und als Gewinn, habe ich ja versprochen, gibt es einen Gutschein von mir. Einen Coaching-Gutschein einzulösen dann für jede Leistung, die du bei mir erhalten möchtest. Sei es Ernährungsberatung, ein spezielles Abnehm-Coaching nochmal, ein Personal-Training oder eine Outdoor-Training-Szenerkarte. Ganz egal, was du da für 89 Euro haben möchtest, das bekommst du dann. Herzlichen Glückwunsch nochmal und super Leistung. In diesem Sinne, macht es gut. Es war schön mit euch. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Viele nette Leute kennengelernt. Und ihr werdet von mir nochmal hören per E-Mail. Da kommt nämlich eine Einladung zu einem Training. Voraussichtlich ein schönes Outdoor-Training in Bad Waldsee im Tannenbühl. Das ist ein ganz toller Platz. Auch so ein Kletterpark und Wildtierplatz. Ich glaube, bis in Trimmdisch war das auch dabei. Und da, wenn ich dann nochmal einen Termin finde und euch dann rechtzeitig informieren, dass wir da vielleicht sogar mal live dann trainieren können zusammen in echt und in 3D. Genau. So, also in diesem Sinne, schwere Worte für mich. Es war echt eine schöne Zeit. Und wenn ihr von mir informiert bleiben möchtet, schaut bei mir in der WhatsApp-Story rein, auf Instagram. Facebook bin ich nicht so aktiv, aber Instagram und WhatsApp-Story, das sind so meine Hauptfelder. Dann hoffe ich, ihr habt viel mitnehmen können. Jeder für sich was ganz Besonderes. Und wünsche euch eine gute Zeit. Bleibt gesund. Und wenn ihr noch nicht euer Ziel erreicht haben solltet, bleibt dran. Ihr wisst, wenn ihr Fragen habt, meldet euch jederzeit gerne bei mir. Also, in diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit, einen guten Start ins schöne 2022. Der Frühling kommt ja jetzt so langsam. Und ja, beste Grüße, euer Coach Olli. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Ciao.